Hallöchen und Popillchen zum ersten Commentary von Black Ops 2. Ja, ich, Jun, bin auch dabei. Genau. Ja, am Anfang erst mal richtig geil, einfach mal geschossen. Ja, rumstehen, like a boss. Ja. Aber der Grund war ja auch dafür, weil ich ja... ...getrunken habe. Ach so, getrunken, ja, was denn? Getrunken. Und weil die Waffe, die PDW, weil ich mit der jetzt mal wieder gezockt habe. Also da ist keiner? Und jetzt sterbe ich erst mal richtig geil. Also wie geil, der andere schießt da hin. Du guckst da hin, da kommt einer, da von vorne. Ja. Jetzt kommt was ganz schönes. Ah. Und... Alter, perfekt, Alter. Das war... Das war können, glaube ich. Glaube ich. Ja, hier. Schon wieder den Crysis da. Und jetzt erst mal richtig geil verrecken. Ah ja, stimmt. Ja, den habe ich nicht bekommen. Da kommt gleich zwei. Ey, der Typ. Ja. Alter, das finde ich so geil, wenn die springen. Ja, was wollten wir ansprechen? Eigentlich PS4. Ja, die unnötige PS4. Ja, unnötig kann man jetzt nicht sagen, aber... Die haben ja in der Pressekonferenz und so... Okay, Pressekonferenz war jetzt nicht so eine Vorstellung da. Haben sie ja nur den Drücker veröffentlicht. Ja. Das fand ich. Das war richtig sexy. Das... Kommt so, sie veröffentlichen die Konsole und alles, zeigen wie sie aussehen. Am Schluss nur der DualShock Controller. Sie haben jetzt... Vorteile von dem Controller ist, damit sie ähm... ein spezielles Vibrier-System oder so eingebaut haben. Boah, Vibrieren? Oh ja! Ja, ne, das bedeutet halt, damit sie gleich... Damit das Vibrieren irgendwie realistischer oder so sein soll. Also für die Frauen, ne? Ja, keine Ahnung. Und... Was ist das denn? Ja. Können Tarnen. Hä? Achso, man sieht das nicht, was er jetzt kann, ne? Ja, das sieht man jetzt nicht, das ist ein bisschen blöd. Sieht auch richtig dumm aus. Ja. Um ehrlich zu sagen. Ich weiß nur, ich hab äh... Das ist noch nicht gemacht. Und jetzt nochmal, ne? Ne, das ist jetzt glaub ich die Hellstorm oder sowas, keine Ahnung. Achso. Ich glaub, das ist jetzt was... Ich weiß selbst nicht mehr. Und die laufen einfach halt nicht vorbei. Ja, der ist noch beigedubbt da jetzt, weil er mich nicht... Gucken, Nullkills, ah doch, Blitzschlag, ein Blitzschlagabschuss. Oder zwei sogar, keine Ahnung. Ja. Aber, ja, die... Ja, PS4 ist ja auch überteuert, finde ich. Wahnsinn. Ja. Was ist die? Überteuert, ja. Ja. Jetzt auf einmal sieht man's. Ja, auf einmal sieht man's. Ja, okay, man hat's ja auch in echt, das sieht man ja, das andere auch nicht. Das sieht man ja nicht. Was hab ich die Hunter Killer jetzt nicht eingesetzt da? Ja. Irgendwie nicht, ne. Ja, egal, jetzt mal zurück. Ja, was wolltest du jetzt sagen über die PS4? Die PS4 ist überteuert, ne? Ja, okay, aber die haben ja irgendwie drei Preise vorgeschlagen. Irgendwie soll's ja zwei Preise sein. Und zwar irgendwas mit 280 und 360 oder so oder 480. Und manche sagen halt natürlich, damit es bis zu an die 800 Euro oder so kosten soll. Alter! Weil sie ja auch vermuten, damit der Controller da über an die 100 Euro kosten soll. Ja. Wenn der am Arsch geht? Ja. Zumal die Hardcore-Zocker, die schmeißen ja den Controller rum und dann kaputt, von der Euro weg. Tja, kauf's halt neu für 100, ist doch egal. Ja. Die hab ich sauge gefailt. Die hab ich einfach an die Decke geworfen. Das ist die Bo. Ganz sexy. Ja, einfach Gegner übersehen, ne? Ja, ich hab keinen Bock gehabt, da hinzurennen. Das war ein bisschen zu weit weg. Ah. Ging. Das Geilste ist, die kommt da immer angelaufen da. Das ist sauge. Einfach durchschießen. Ja. Mann, das hat immer aufregt. Das regt eigentlich immer so auf. Ich spiel's halt. Ah ja, übrigens, ich spiel mit der PDW. Mit einem Reflexvisier, Schalldämpfer und was hab ich noch dabei? Das Vordergriff, glaub ich. Ah ja, genau. Nee, 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 nee. Nicht, nicht Griff. Oder doch? Nein, nein, nein. Hey, warte mal. Boah, so dumm, so informiert bin ich bei meinem Video. Nee, schicka. Nee, schicka. Nee, schicka. Ich weiß nur, ich hab mit dabei einen Hardliner, Zähigkeit und Gewandheit. Als Gear hab ich den Primärwaffen Gear oder Primäraufsätzen Waffen Gear. Das heißt, ich kann drei Aufsätze für eine Waffe nehmen. Ah ja, ich hab Reflexvisier, Schalldämpfer und noch irgendwas. Ja, irgendwas halt, ne? Ich weiß echt nicht was. Niemand Messer geworfen, ja? Ja. Ah ja, schnell nachladen. Ah ja, genau. Doppelmagazin. Ah ja, genau. Ah, so, ja. Ja, super informiert. Die Punkte-Serien sind die Hunter Killer Drohne, der Blickschlag und die Hellstorm-Rakete. Ja. Ja, da sind sehr viele Info links oben. Ja. Natürlich jetzt zweite Runde. Ihr müsst mal gucken, der letzte Abschluss von der nächsten Runde. Sieht man den hoffentlich? Ich hoffe, ja. Ja, schon. Ja, ja. Kettenwerfer genug. Oh ey, es war so geil. Ey, der mit dem Raketenwerfer, ey. In echt müsste man das dem in den Arsch schießen. Oh. Ohne Witz. Ey, so viel Doofheit. Oh, schon wieder auf dem Dach. Ja, das war geil. Ja, das war geil. Und da kommt einer von innen. Den habe ich aber noch gesehen. Oh, der war nicht mehr da. Wer ist das halt scheiße? Ja, das, wenn man können. Ja, genau. Ja, geht nicht mal durch die Scheibe. Da hat noch keiner. Oh, das war ein Pfeil. Ja, der hat mich mit seinem scheiß Arbus weggewichst. Rakete. Bombenarmus. Ja, Scheiße, Alter. Das hat so genervt. Erreich ich eigentlich die Punkte-Serie nochmal? Ich hab keine Ahnung. Nimm's ein, Mann. Der bleibt einfach stehen. Ja, der nimmst du rein. Doppelkitz so schnell, Alter. Ja. Alter, der Endscore ist jetzt nicht der Bringer. Ich glaube 37 zu 12 oder so. Boah, hier ein Geschütz aufstellen wäre geil. Ja. Zu zwölf irgendwie so zwölf Tode noch sauviel. Aber das habe ich halt jetzt irgendwie so auf die Schnelle gemacht. Und ja. Ja, jetzt mal zurück zum Thema von der PS4 zu kommen. Ach so, ja. Es gibt ja bei dem neuen Dual-Shock-Controller gibt es da irgendwie so ein Viereck, so eine Plattform. Auf dem Drücker da in der Mitte. Das sieht aus wie so ein Pappviereck oder so. Sieht zwar nicht so toll aus. Das soll ja irgendwie bewirken. Damit man darauf, das soll ein Touchscreen oder sowas sein. Ja, so Touch-Dings. Ja, genau. Damit man dann halt drauf gehen kann. Und kann da alles eingeben. Aber man muss das nicht benutzen. Ja, muss man nicht. Also richtig unnötig 100 Euro ausgegeben. Ja, genau. Das ist... Ah ja. Und ein ganz wichtiger Punkt. Und dafür bin eigentlich auch den Japaner, den Hersteller von Sony, ey. Und zwar, er macht damit die... Es war ja... Guck mal, der war sau dumm. Der wollte nicht Messer. Ja, der hatte keine Waffe dabei. Das war so ein Messer-Typ. Ja. Wir wissen nochmal zurückzukommen. Und zwar... Das war er schon wieder übrigens. Ja, ja. Der mit seinem Messer ist so schlecht. Kam der jetzt eigentlich nochmal? Keine Ahnung. Das war er mal nicht. Achtung, ob er da ist. Ja. Wie geil. Oh mein Gott. Ja. Also und zwar hat der Entwickler da... Der hat gesagt, damit man Gebrauchsspiele auch auf der PS4 zocken kann. Also man... Also die Gebrauchsspiele zählen auch. Man darf die auch verwenden. So jetzt... Habe ich das nochmal verwendet? Ja. Aber ich glaube jetzt habe ich bei jedem Nullabschluss oder so gemacht. Keine Ahnung. Ich habe das sau gefailt irgendwie. Oh, das ist aber schlimm, ne? Das dich niemand killt, Alter. Den habe ich glaube ich Nullabschlüsse. Ich wollte auf den da gehen. Die haben Nullabschlüsse, weil die am Haus sind. Ja. Sau geil. Ich weiß nur, Hunter-Killer-Drohne mache ich glaube ich einen Kill. Ja, fast immer einen Kill. Ja, fast. Werden wir ja sehen. Ich weiß selbst nicht mehr, ob ich mit denen einen Kill gemacht habe. Moment noch nicht. Mal gucken. Oh, Hunter-Killer und Blitzschlag. Zwei Blitzschlag oder so. Jetzt kommt er da. Hä? Die sind irgendwie so ghosthaft irgendwie. Ja, die haben die Perks Geist genommen. Das sind solche Noobs, Alter. Läufen mit Geist rum. Was bringt dieses Geist? Du bist irgendwie vor so viele Sachen geschützt und so. Vor Drohnen oder so. Irgendwas glaube ich. Ich weiß nicht genau, weil ich nutze es nicht. Ist doch cool. Hä? Ja. Die waren ein bisschen schlecht. Guck mal. Der hat mich angeguckt. Und dich weggesnach. Ja, am Schluss noch. Oh, klau das. Nee. Ich hatte aber Angst, dass das Ding mir auf den Kopf liegt. Das ist schon mal passiert. Ja. Und dann bin ich richtig geil damals. Ey, getötet worden. Ach schon. Das ist der mit seinem scheiß Messer. Guck. Ach so, ja. Guck mal. Oh, 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 oh. Ja, guck mal. Ach nee, das sieht man ja nicht. Ah. Der hat das Ding da. Ja, Ballästikmesser geschossen. Ja, genau. So eine Scheiße, Alter. Vordergriff habe ich jetzt freigeschaltet gehabt. Ach so. Noch 36 Sekunden. Jetzt müsste ich, glaube ich, nach hinten laufen irgendwie so. Ja, jetzt laufe ich nach da hinten. Ich laufe jetzt, glaube ich, rechts da entlang oder so. Aha. Genau. Und da sind die geilsten Kids auf dem Dach. Da hast du gerade auf dem Radar gesehen. Das sind zwei Stück. Jetzt guck dir die an, wie ich die geil kille. Der andere mit seinem Superman. Das ist das Phänomenalste in dem Video. Achtung jetzt hinter mir. Alle beide. Jetzt kommt einer angesprungen. Und das musst du mal in der Wiederholung sehen. Genau. Wie geil war das denn? Im Normalfall sieht man ja die Abschlusskamera. Ey, so genial. Ey, das sah so geil aus. Oh ja. Achtung. Jetzt bin ich gespannt. Oh, man sieht das nicht. Schade. Ja, schade aber auch. Ja, hier sieht man, wie es war und so, ne? Ja. Dann bedanke ich... Geil. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Kommentar. Tschüss. 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 Tschüss.